Und ich lese nochmal Vers 1 vor, Apostelgeschichte 8, Vers 1. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Wir wollen nicht zerstreut werden, wir wollen nicht diese Verfolgung. Wovor hast du Angst? Wir sehen doch hier gerade daran, dass diese Verfolgung nötig war. Gott hat diese Verfolgung gebracht, damit sie sich endlich zerstreuen. Damit das Evangelium weiter verbreitet wird. Weißt du, wozu Verfolgung führt? Dass das Evangelium verbreitet wird, dass mehr Kirchen entstehen. Die Gemeinde wurde zerstreut, die wurden alle zerstört und jetzt gibt es keine Gemeinde mehr in Jerusalem. Gerade dadurch wurden andere Gemeinden gegründet. Gerade dadurch wurde das Evangelium verkündet, weiter verbreitet in der Welt. Verfolgung ist super, Verfolgung ist notwendig. Philippa Kapitel 1, Vers 12. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um das Christuswillen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, dass es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Und das ist es, was manche von euch immer noch brauchen. Ich weiß, dass ich mich immer wieder wiederhole mit dem Thema Verfolgung, dass ich das immer erwähne in meinen Predigten. Aber ich muss mich wiederholen, weil einige von euch das immer noch brauchen. Was könnte passieren? Und du machst dir Angst vor Sachen, die noch gar nicht passiert sind. Und hier ist das Ding. Erzähl mir nicht, dass die Gemeinde Jerusalem nicht wusste, dass die Juden gegen sie sind. Er hat mal was. Die Juden haben Jesus Christus gekreuzigt. Sie haben Jesus gehasst. Sie hassen Christen. Wussten sie wirklich nicht, dass die Juden gegen sie sind? Natürlich wussten sie das. Und sie haben trotzdem weitergemacht. Und ich wünschte mir, dass bei manchen von euch Philippa Kapitel 1, Vers 12 bis 14 Realität werden würde. Dass ihr es desto kühner wagt, das Wort zu reden ohne Furcht. Das, was ihr braucht. Warum denkst du nicht an die Verheißungen der Bibel? Warum denkst du nicht an Psalm 91, Vers 11? Ja, wenn ich Psalm 91, Vers 11 lese, muss ich immer an Mendelssohn's Elias denken. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Warum singst du nicht Psalmen in deinem Herzen, um dich zu beruhigen? Warum denkst du nicht an die Verheißungen, die Gott so gegeben hat, dass uns behüten wird, auf allen unseren Wegen. Dass die Engel uns auf den Händen tragen werden. Dass sie unseren Fuß nicht an einen Stein stoßen. Warum denkst du nicht an Psalm 91? Glaubst du nicht, dass Gott dich beschützen wird? Oh, aber wir sehen doch, Anselm, in der Apostelgeschichte, dass sie zerstreut wurden. Dass sie verfolgt wurden. Ja, aber ratz mal was. Sie wurden währenddessen beschützt. Sie waren trotzdem in Sicherheit. Es gibt zwei Möglichkeiten, in Sicherheit zu sein. Entweder du gehst eben der Verfolgung aus dem Weg, du gehst Risiken aus dem Weg, dann wirst du in gewisser Weise in Sicherheit sein. Aber weißt du was? Hier ist der Witz an der Sache, hier ist das Paradoxe. Wenn du wirklich so dein Leben leben willst als Christ, dann wird Gott Verfolgung bringen. Dann wird Gott dafür sorgen, dass du verfolgt wirst. Und das ist auch, was wir in der Apostelgeschichte sehen. Sie wollten nur in Jerusalem bleiben. Sie wollten es nicht einfach machen. Was passiert? Verfolgung. Damit sie es endlich mal kapieren. Damit sie endlich mal wirklich für den Herrn leben. Manche von euch brauchen Verfolgung. Ich meine es echt nicht übel mit euch. Aber das, was ihr hören müsst. Die anderen Möglichkeiten, Sicherheit zu sein. Aber hier ist es eben das Ding. Wenn du immer nur Risiken aus dem Weg gehst, das ist eigentlich eine falsche Sicherheit. Denn Gott wird dann absichtlich Verfolgung bringen. Dass du aufgerüttelt wirst. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Du kannst letzten Endes somit Verfolgung nicht aus dem Weg gehen, wenn du ein gottesfürchtiger Christ sein willst. Du kannst nicht der Verfolgung aus dem Weg gehen. Du kannst Widerstand nicht aus dem Weg gehen. Das funktioniert nicht. Du wirst eine Zeit lang in Sicherheit sein. Aber jetzt habe ich endlich Sicherheit. Super. Aber das wird nicht lange werden. Andere Möglichkeiten. Du gehst einfach alle Risiken ein. Ohne Rücksicht auf Verluste. Alle Risiken. Verkündigst du das Evangelium. Machst weiter. Predigst noch mehr. Verteilst noch mehr kontroverse Filme. Die LGBT-Lüge. Und dann wirst du eben gerade dadurch in Sicherheit sein. Denn rat doch mal was. Dann wird Gott sich denken. Hey, der lebt für mich. Der tut alles, was er kann. Der nimmt keine Rücksicht auf sich selbst. Der wird in Sicherheit sein.